Hallo zusammen, ich bin Sophie Giger und ich bin Saskia Kraus und wir bilden das Schweizer Synchronschwimm-Duit. Unser schönste Moment auf dem Weg nach Rio war die Qualifikation in Rio selber. Unsere grösste Herausforderung bei Rio wird sein, unsere Harmonie und die Zusammenarbeit so behalten wie bisher. Eine halbe Stunde, eine Stunde vor dem Wettkampf visualisieren und unsere Kühe noch einmal trocken im Kopf durchgehen. Unmittelbar bevor wir ins Wasser steigen, haben wir ein Ritual und einen Handschlag, um uns noch einmal aufzuputschen.